Downset Moontalk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 12. Dezember 2022. Ihr hört eine neue Folge Downset Moontalk am Montag. Mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Woche 14 in der NFL ist fast durch. Wir hatten gestern mal wieder einige schöne, unterhaltsame Spiele und über ein paar davon möchten wir heute sprechen. Ja, es gab die ein oder andere Überraschung und es gab die ein oder andere Überraschung beinahe, würde ich mal sagen. Wir hätten sehr gerne hier über die Cowboys-Niederlage gegen die Texans gesprochen, aber den Gefallen haben sie uns dann doch nicht ganz getan. Ja, sehr gerne ist natürlich jetzt fies formuliert, aber es war natürlich ein Spiel. Ja doch, das wäre schon eine gewisse Schadenfreude wäre es schon. Ja, vor allem halt so ein Spiel, was irgendwo zeigt, wie eng die NFL halt doch sein kann. Ich meine, was waren die Cowboys Favorit? Ich glaube, mehr als zwei Touchdowns. 17. Ja, genau. Und ich habe das zur Halbzeit getweetet. Die erste Hälfte war echt noch das, was ich ganz klar so als Fluky bezeichnen würde. Zwei Turnover, einmal beim Muff Punt, dann die Prescott Interception. Halt einfach nicht 100 Prozent da, ne? Ja, genau. Und beide Male ist es halt kurzes Feld, beide Male machen die Texans in Hartstown. Genau. Und dann ist es halt, okay, dann kannst du halt auch mal als haushoher Favorit einfach hinten liegen. Ich habe zu halbzeit mal nochmal drauf geguckt, sie hatten fast anderthalb Jahrts pro Play mehr, sie hatten 3 zu 1 Redzone Trips. Also, das Spiel an sich war, die Cowboys haben an sich in Ordnung gespielt, sie hatten halt die kritischen Fehler und die Texans haben es ausgenutzt. Aber was ich dann problematisch fand und was jetzt auch für mich so der Aufhänger gewesen wäre, wenn sie das Spiel verloren hätten, war dann wirklich die zweite Hälfte. Weil ich dachte nach dieser ersten Hälfte, okay, sie können den Schalter dann irgendwie umlegen. Sie hatten ja dann sogar, es gab ja den frühen Turnover direkt von den Texans und da gehen die aber wieder ohne Punkte raus, weil sie 4th und Goal nicht verwerten können. Lassen nochmal defensiv einen langen Drive zu und kriegen dann noch diese Interception kurz vor der eigenen Endzone. Preskitts Arm wird getroffen und so. Ja, aber da muss Houston den Sack halt eigentlich zumachen. Stattdessen eben DeMarcus Lawrence mit einem Big Play, Cowboys stoppen sie und sie gehen 98 die Jarts zum Touchdown. Also die erste Hälfte, da hätte ich wirklich drüber hinweggeschaut so ein bisschen. Das kann mal passieren. Sollte nicht passieren, aber es kann mal passieren. Zweite Hälfte war echt so der Reminder daran, ja, in der NFL. Weil gegen jeden Gegner kann man sich irgendwie ein Loch graben, aus dem es dann echt schwer wird rauszukommen. Das ist aber noch kein Spiel, über das wir ausführlicher sprechen wollen. Letztendlich wird da auch kein Hahn mehr nach Krähen in ein paar Wochen, weil sie haben es gewonnen. Da fragt keiner mehr nach, wie. Natürlich muss man da ein Auge drauf haben, wie die Cowboys die nächsten Wochen performen. Der direkte Division-Konkurrent, die Eagles, haben mal wieder sehr souverän gewonnen gegen die Giants und sind damit fix in den Playoffs. Die sind auf jeden Fall am Start, denen kann das keiner mehr nehmen. Ja, das ist das Team, das ist das Team, das ist fix. Genau. Die Chiefs hätten es ja, und da haben wir ja eine wunderbare Überleitung, die Chiefs hätten ja, wenn sie es gestern geschafft, hätten die Division gewonnen, wenn die Chargers verloren hätten. Haben sie aber nicht. Haben sie nicht. Die Chargers haben gewonnen gegen die Miami Dolphins mit 23 zu 17 am Ende. Das war dein Kenny-Pickett-Tipp. Ja, Gratulation. Auch mal ausgetroffen, ja. Für mich ist es natürlich ein wachendes, äh, ein wachendes, genau, ein wachendes Auge, aber vor allem ein lachendes und ein weinendes Auge. Weil natürlich freue ich mich, dass die Chargers doch noch irgendwie, ja, nicht ganz tot sind. Und auf der anderen Seite ärgere ich mich natürlich, dass du hier die Punkte absahnen konntest. Die Chargers gegen die Dolphins, ja, irgendwie verkehrte Wellen, ne, weil, ähm, da guckst du dann irgendwie auf die Chargers und guckst auf die Defense-Performance, siehst dann auch noch, dass wirklich, ja, mittlerweile alle, ähm, Big Names aus dieser Defense irgendwie verletzt ausfallen. Dann Durbin James ja noch raus gewesen, äh, Joey Bosa ja sowieso. Und dann kriegst du die beste Defense-Leistung seit Wochen gegen eine bis dato, bis auf letzte Woche, eine der explosivsten Offenses der Liga. Aber gleichzeitig muss man hier, und da würde ich halt, glaub ich, das Thema direkt mal, oder das Gespräch direkt mal hinlenken wollen, das nächste enttäuschende Spiel einfach von Thua Tango-Vailoa. Und das gegen eben nicht eine, wenn nicht die beste Defense der Liga, so wie letzte Woche gegen die 49ers. Und du bestimmt auch, ich hab viele Nachrichten bekommen, dass wir zu hart waren mit Thua, dass, ja, er hatte vielleicht ein paar ungenaue Bälle, aber das und das und das ist auch noch schief gelaufen. Ich bin gespannt, wie jetzt das, ähm, die Rechtfertigungen aussehen, weil gegen so eine Defense, die so verletzungsgebeutel ist, so viele Backups auf dem Platz, da musst du besser aussehen. Ja, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen und, also wenn ihr die Folge letzten Montag nicht gehört habt, dann hört da gerne nochmal rein, weil wir ja da auch so über dieses Thema, wie schnell krönt man dann irgendwie einen Quarterback in seinem Breakout-Jahr und so weiter. Und wie schnell, äh, sagt man, das ist jetzt irgendwie so und so viel Prozent, ist der Quarterback verantwortlich dafür. Ähm, da einfach, also da haben wir ja wirklich auch beide für mehr Geduld geworden und deswegen war ja zum Beispiel ich in meinen Quarterback-Rankings, die ich ja seit diesem Jahr in Tears mache, hatte ich Thua nie höher als im dritten Tier. Und natürlich, da gab's dann auch viele Nachrichten und viele Sachen, die ich bekommen hab, so, äh, Thua-Hater und so weiter. Ich weiß, es sind nicht alle Dolphins-Fans, also ich will da gar nicht irgendwie jetzt alle über einen Kamm scheren. Ähm, ich hatte das Mitte November mal geschrieben. Ich hab den Tweet heute auch nochmal, äh, geteilt als Quote-Tweet, weil nochmal was zu dem Spiel eben noch dazu. Dass das, was Thua in dieser Offense macht, ist nicht außergewöhnlich. Und dass wir diesen Film einfach schon mehrfach gesehen haben, an Offense mit einem Quarterback, der, ich sag jetzt mal, mehr Beifahrer als Pilot ist, explodiert. Und dann im Laufe der Saison stellen sich die Fans besser darauf schematisch ein. Und plötzlich wird halt deutlich, dass der Quarterback die Probleme, die dann daraus resultieren, nicht lösen kann. Also das prominente Beispiel für diesen Film, für diesen Ablauf war ja die 2018er Rams mit Jared Goff und mit allem, was dann danach auch passiert ist. Und jetzt haben wir zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele nacheinander gesehen, in denen die Defense wirklich genau das limitiert hat, was die Dolphins-Offense über die ersten zwölf Wochen der Saison so ausgezeichnet hat. Sie haben die Routes sehr eng, sehr contested gespielt, sie haben Press-Coverage gespielt, sie haben Man-Coverage gespielt, die Chargers nochmal in der ganzen Ecke aggressiver als die Niners. Die Niners, ähm, haben auch einiges an Man-Gespielt, aber sind eben auch viel aus ihren Zone-Coverages dann, äh, haben ihre Zones sozusagen mehr nach vorne verteidigt und da mehr in der Route dann eingegriffen. Chargers haben es nochmal aggressiver verteidigt, wo man sich ja eigentlich immer gedacht hat so, naja, das kannst du jetzt gegen Miami, kannst du eigentlich nicht so wirklich man-aggressiv spielen, weil niemand kann mit Hill und Wardle mithalten. Und das stimmt ja irgendwo auch. Aber die mit Abstand gravierendste Konsequenz dieser Art und Weise gegen Miami so zu spielen, ist, dass Tua nicht mehr diese offenen Räume hat. Und das war eine kritische Säule für diese Offense, da haben wir ja auch mehrfach drüber gesprochen. Tua wirft den Ball ganz schnell und trotzdem tief, weil er halt spezifische Räume anspielen kann. Ja, aber er wirft ihn auch no matter what. Also das ist mir letzte Woche schon aufgefallen, da habe ich gesagt, okay, wahrscheinlich waren nicht so viele andere frei, weil das ist mir gestern noch häufiger aufgefallen. Guckt euch alleine den ersten Drive an, die ersten drei Würfe. Er bekommt den Ball, der Ball wird gesnappt, ähm, ja, ganz kurz in der Pocket, Ball raus, Ball mittellang, mitten in Coverage. Also in einen richtig eng gedeckten Spieler. Wenn die nicht zu 100% genau kommen, dahin, wo nur der Receiver ihn fangen kann, dann ist es meistens kein Completed Pass. Und das war halt gestern ganz, ganz oft der Fall, dass er den Ball einfach dahin geworfen hat, wo er hingehen wollte. Egal, ob da jemand am Arsch von dem Receiver hing oder nicht. Und das hat gestern halt überhaupt nicht funktioniert. Genau, also da, das wäre auch so mein, mein nächster Take noch gewesen, wenn, wenn der Gegner eben diese physische Coverage spielt, physische Man-Coverage auch spielt, wenn sich die Linebacker tiefer droppen, das war jetzt auch gegen die Chargers zu beobachten, dass die Linebacker halt wirklich sich weiter nach hinten fallen lassen, um eben diese Räume zu covern, wo die Dolphins so vor allem angreifen wollen. Da hätte Thur ja auch fast eine Interception in der ersten Hälfte geworfen über die Mitte. Dann sind diese Mittel halt nicht mehr so leicht zugänglich. Und dann muss der Quarterback mehr Bälle in diese engen Fenster platzieren. Und zwar nicht einfach nur eng im Sinne von Contested Catches, sondern der Receiver crossed irgendwie. Wie du gesagt hast, der Verteidiger hängt direkt an ihm dran. Und du musst den Ball halt in dieses enge Fenster in die Bewegung vom Receiver reintreffen. Und da wird, oder da ist Arm-Talent ein Faktor. Und ich finde, da ist auch dieser Vergleich eben in dem Spiel gestern war dann offensichtlich so zu sehen, weil Herbert hatte mehrere Würfe gestern, wo man gesagt hat, okay, das sind die, diese Completions in schwierige, enge Fenster. Der Receiver in Bewegung läuft von seinem Gegenspieler gerade weg, cross irgendwie über die Mitte oder läuft nach außen oder wie auch immer. Und Herbert hat die halt getroffen und Thur nicht. Und was wir von Thur vor allem gegen San Francisco gesehen haben, teilweise auch gegen die Chargers, ist dann, dass wenn dieses erste offene Fenster nicht da ist oder wenn er diesen antizipierten, offenen Raum halt nicht bekommt, dann zum einen, wie du gerade gesagt hast, teilweise versucht das dann zu erzwingen. Und teilweise wird er hektisch in der Pocket oder versucht eben irgendwie dann, ja, du musst dann irgendwie zum zweiten, dritten Read, auf einmal seine Line wackelt und ... Ja, aber ich hab nicht das Gefühl, dass er konsequent durch seine Reads geht. Er hat seine Nummer eins Read, wenn der nicht da ist, wirft er ihn manchmal trotzdem oder auch gestern sehr, sehr häufig trotzdem oder er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Ja, genau. Und das sind dann diese Plays, das fand ich gegen San Francisco noch auffälliger, nein, das haben natürlich auch einen viel besseren Passrush, dass er dann so wild in der Pocket irgendwie wurde. Das war gestern jetzt nicht ganz so extrem, Chargers Passrush ist nicht so gut, Terran Armstead war wieder da und so, das war eine andere Ausgangslage. Aber selbst da würde ich ja sagen, dass das auffällig war irgendwann. Und die Chargers haben zum einen auch einen super Gameplan, muss man sagen, aber sie haben halt auch gezeigt, dass sie das richtig eng covern können. Und wenn du ... Das haben wir jetzt gesehen, wenn du Tua in diese Situation bringst, dann leidet zum Beispiel auch seine Accuracy, die ja oft so als seine beste Qualität dargestellt wird. Der ist ja auch ganz gut, vielleicht ein bisschen überschätzt in der Hinsicht, aber er ist auf jeden Fall gut. Und das haben wir jetzt aber mehrfach gesehen, dass wenn seine Accuracy eben gefordert ist im Sinne von enge Man-Coverage schlagen, ist es eine komplett andere Geschichte, als wenn seine Accuracy gefordert ist im Sinne von Räume anspielen. Und ich will ja gar nicht, also es geht mir nicht ums auf Tour draufhauen, weil ich bin ja der ... Ja, genau. Ich mache ja meinen Take vom Draft damals ja selber schlecht damit, weil was habe ich kritisiert, dass man einen Justin Herbert vor einem Tour-Tang verloren nimmt. Aber mein Gott hat Justin Herbert Tour gestern eingeschult. Das waren Welten. Wenn du die direkt halt nacheinander auf dem Feld gesehen hast, was Justin Herbert aber stattdessen gespielt hat, was der auf der anderen Seite gezeigt hat, das war wirklich richtig, richtig gut. Und vielleicht kommen wir da dann zu den Chargers, weil die Chargers-Offense sah halt auch wieder deutlich besser aus, gerade wegen einem Mike Williams, der einfach so ein X-Faktor für diese Offense ist. Ja, ich meine, viele werden vielleicht die Stats so gesehen haben, wie viele Snaps Herbert mit Keenan Allen und Mike Williams zusammen auf dem Platz hatte dieses Jahr vor diesem Spiel. Das waren ja echt nur irgendwie 30 oder so, glaube ich, oder 40, irgendwas in der Richtung. Also war nicht mal ein volles Spiel so von der Gesamtanzahl an Snaps her. Ja, den Effekt hat man direkt gemerkt. Sie haben früh im Spiel auch damit gearbeitet, die Pockets so ein bisschen bewegen, Herbert so ein bisschen aus der Pocket rausbringen, weil natürlich auch die Chargers-O-Line jetzt nicht unbedingt die beste ist. Und die haben ja auch in mehreren Momenten gewackelt. Aber auch da, also ich will halt wirklich auch da ganz bewusst weggehen von diesem Thema Arm-Talent. Weil ich finde, in diesen Diskussionen, die jetzt natürlich auch gerade mit Tua Herbert viel geführt werden, ist es ja schon oft so, dass wenn du so oberflächliche Diskussionen verfolgst zu dem Thema, dass halt Herbert oft so dargestellt wird als dieser, ja, das ist halt der Big Arm, ja, der kann halt den Ball 60 Yards werfen, aber Tua ist sozusagen der Bessere darin, das Spiel zu managen und aus der Pocket zu spielen. Und ich finde, das stimmt halt einfach nicht. Also Herbert ist, natürlich, das Arm-Talent ist das eine, aber klammern wir das einfach mal aus. Und das fand ich halt gestern so eklatant in diesem, wie du gesagt hast, in diesem direkten Vergleich. Wenn man sich Pocket-Präsenz, das ganze Pocket-Verhalten anschaut, wie Herbert Pressure verhindert, wie er eben zum zweiten, dritten Read die ganze Zeit arbeitet, was er auch dauernd muss, weil die Offense eben viel, viel Schwierigeres für ihn macht, Receiver zu finden, er ist in diesen Sachen viel besser, als ihm oft Credit gegeben wird. Und Tua zeigt da im direkten Vergleich halt mehr Defizite. Und das war gestern sehr, sehr deutlich zu sehen. Ich will da immer mit diesen Narratives so ein bisschen auch aufpassen, das Pendeln nicht zu sehr die eine oder die andere Richtung ausschlagen zu lassen. Also, wenn wir jetzt nochmal den Vergleich nochmal drauf machen, Tua ist jetzt genauso wenig Kacke, wie er vor zwei Wochen der MVP war. Ja, genau. Er hatte in der zweiten Hälfte auch ein paar bessere Plays. Der Touchdown zu Tyreek Hill war sicher sein bester Wurf gestern Abend. Er hat ein, zwei Plays auch am Boden gemacht. Und diese Offense ist immer noch in der Lage, ganz schnell zu scoren. Das macht sie immer noch gefährlich. Was wir aber einfach sehen, ist, dass Defenses strukturell diese Offense jetzt besser verteidigen. Und inwieweit Miami darauf reagieren kann, das wird uns viel über Tua verraten. Das Lauchspiel. Wie bitte? Können wir noch ganz kurz einen Satz zum Lauchspiel sagen? Weil das war ja auch eine Sache, die vorher deutlich besser lief. Und jetzt gegen eine Chargers-Defense, gegen die alle laufen konnten, konnten das die Dolphins eben auch nicht so gut. Und das wäre halt so ein Element, mit dem du für eine gewisse Baseline auch sorgen kannst, dass du halt nicht Tua ständig in diese engen Fenster werfen lassen musst. Genau. Also, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Es ist ja nicht nur die ... Also, wir haben ja auch den Liner-Spiel auch ein bisschen drüber gesprochen. Das ist natürlich nicht nur Tua. Die Defense war jetzt vor allem gegen San Francisco nicht gut. Gestern, wie du gesagt hast, Run-Game war nicht gut. Ich glaube, dass wir jetzt, wo wir an diesem Punkt sind, was ich eingangs gesagt hatte, wir haben diesen Film schon gesehen mit anderen Offenses und anderen Quarterbacks, die ich in eine ähnliche Kategorie packen würde wie Tua zu diesem Zeitpunkt. Also, Goff 2018 hat ja auf einem recht hohen Level auch gespielt, wenn wir uns zurückerinnern. Der war auch, keine Ahnung, Woche 10, Woche 12 war ja in vielen Statistiken einer der besten Quarterbacks der Liga. Jetzt eben diesen nächsten Schritt zu sehen. Jetzt haben wir gesehen, Defenses haben strukturell einen besseren Zugriff bekommen. Inwieweit können sie darauf reagieren? Und ich glaube, dass uns das halt wirklich, was ich gerade noch sagen wollte, über Tua mehr verraten wird, als jetzt seine guten Spiele in den ersten 10, 12 Wochen dieser Saison. Ja, nächste Woche die Bills-Defense. Da musst du auf jeden Fall schon mal eine Schippe draufpacken. Das ist halt dann der nächste Punkt. Also, dann können wir das Thema auch so langsam abhacken. Aber der Dolphins-Schedule ist nicht ohne. Die haben at Buffalo, Green Bay, okay. Green Bay ist wahrscheinlich am ehesten machbar. Aber dann at New England und die Jets zum Abschluss. Also, das sind doch mal drei richtig schwierige Defenses, die jetzt eben tape davon haben, wie man dieser Dolphins-Offense und Tua Probleme bereiten kann. Und die auch diese wackelige Dolphins-O-Line attackieren können. Und da muss Miami schon ein bisschen aufpassen, dass sie nicht noch überholt werden von anderen Teams. Jetzt haben sie den direkten Vergleich gegen die Chargers verloren. Die Jets in Woche 18, die Jets haben das erste Spiel gewonnen. Das war ja ohne Tua. Jets könnten sie sweepen. Und plötzlich läufst du doch Gefahr, sogar aus den Playoffs rauszufallen, wenn's richtig blöd läuft. Ja, auf der anderen Seite bin ich sehr auf den Endspurt der Chargers gespannt, weil die könnten jetzt noch mal so einen richtig kleinen Regular-Season-Endspurt hinlegen, weil das fand ich schon sehr überzeugend gestern. Also, die Offense, die Defense hat einen guten Eindruck gemacht. Das kannst du natürlich nicht immer so wiederholen. Aber gleichzeitig muss man bedenken, dass die halt höchstwahrscheinlich die nächsten Wochen auch noch mal fitter werden. Je nachdem, wann Derwin James zurückkommt. Joey Bosa soll wohl bald zurückkommen können. Das wäre ein absoluter Game-Changer. Ein Sebastian Joseph Day, wenn der zurückkommt. Ich glaub, der hat gestern auch nicht gespielt. Der hat nicht gespielt, ja. Das ist auch noch mal ein Faktor für die Defensive Line. Und dann, wenn halt in der Offense die beiden Receiver fit bleiben können, dann bist du da auch ganz gut aufgestellt. Also, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die Chargers könnten auch mal interessant werden, je länger die Saison dauert. Ja, das denk ich auch. Und der Schedule ist deutlich angenehmer. Ja, Titans, Coles, Rams und Broncos haben die Chargers noch. Also, die sollten eigentlich ... Ich sag mal, 3 und 1 sollte die Mindesterwartung sein an diesen Endspurt. Und ich glaub, wenn die Chargers 3 und 1 gehen, denk ich, dass sie Miami überholen im Wildcard-Rennen. Und dann ist halt aus Dolphens Sicht echt, könnte es sein, dass Woche 18 gegen die Jets einen ... Der Sieger ist drin und der Verlierer ist raus, Spiel wird. Ich bin mir tatsächlich ... Also, gut. Ja, Lukus Torkin, der, der die Chargers ganz hoch geredet hat vor der Saison. Aber wenn ich mir einfach nur die Formstärke angucke, zwischen den Dolphins mit 8 und 5, den Titans mit 7 und 6, den Chargers mit 7 und 6 und den Jets mit 7 und 6, dann sind für mich die Chargers das vielversprechendste Team jetzt für den Endspurt. Kommt natürlich dann immer auf die Gegner ein bisschen an, aber du hast schon gesagt, Chargers nicht ganz so verkehrt da, aber auch die Titans ... Titans könnten natürlich außer Konkurrenz laufen, weil sie halt einfach ihre Division gewinnen. Das stimmt natürlich. Die werden die wahrscheinlich auch gewinnen. Aber jetzt auch mit Blick dann in die Playoffs. Ja, genau. Aber auch selbst da muss man ja vorsichtig sein. Die haben gestern der ziemliche Klatsche gekriegt. Jaguars sind 5 und 8. Und die Jaguars haben noch ein Spiel gegen Tennessee. Jaguars könnten die sweepen. Und dann reden wir davon, dass es vielleicht ein Spielunterschied ist. Das kann durchaus auch noch kippen. Also das Wildcard-Rennen wird auf jeden Fall noch spannend. Wir sprechen auch gleich noch über das Wildcard-Rennen in der NFC. Dazwischen müssen wir über Brock Purdy und Tom Brady sprechen. Die 49ers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Am Ende war es eine Einschulung. Auch hier. Und zwar 35 zu 7. Gewinnen die 49ers gegen die Bucs. Und Brock Purdy war der beste Quarterback auf dem Feld. Ja. Ja. Muss man so festhalten. Also, vielleicht müssen wir schon noch mal ... Ich meine, wir wollen auch hier vorsichtig sein. Mini-Sample-Size war der erste Start von Brock Purdy. Aber vielleicht muss man schon ein bisschen noch mal abwarten, mit dem, wie man kalibriert, was die Niners mit Purdy machen können. Weil ich ... Also, dass die Umstände gut sind, das wissen wir alle. Dass du als Quarterback in dieser Offense erfolgreich sein kannst. Oder zumindest gute Zahlen auflegen kannst. Das wissen wir auch alle. Aber ich fand's gestern schon beeindruckend, was der doch auch an Plays gemacht hat. So ein paar Mal, dass er Pass-Rusher im Backfield wirklich ausgewichen ist und dann noch den Ball zu seinem Target bekommt. Er hat einen Scramble zum Touchdown. Er hat eine gewisse Aggressivität in seinem Spiel. Man sieht halt, er hat ein, zwei Bälle, wo er unter Druck dann off-Platform versucht, tief zu gehen. Und da siehst du halt die Arm-Limitierung natürlich dann irgendwo auch. Ich meine, er war nicht umsonst der letzte Pick im Draft. Das hat natürlich schon auch Gründe. Aber ... Und guckt euch was von ihm aus dem College ... Guckt euch College-Tape an, dann wisst ihr, warum der nicht früher gedraftet wurde. Genau. Aber er hatte den tiefen Touchdown zu McCaffrey. Er hatte den tiefen Touchdown zu Ayuk. Ich hab dazu eine fantastische Stat auch gesehen. Jimmy Garoppolo hat über die letzten zwei Jahre zwei tiefe Touchdown-Pässe outside the numbers geworfen. Also außerhalb der Zahlen auf dem Feld sozusagen. Brock Burti hat er zwei gestern in dem Spiel. Er hat Plays gemacht, das war sehr, sehr positiv. Und die Niners hatten halt auch wieder viele Chunk-Plays am Boden. Das Spiel war für mich wirklich auch einerseits ein krasser Reminder daran, was Shannon mit dieser Offense designen kann, wie dominant diese Defense sein kann. Und in diesem Zusammenspiel, wenn man dann sieht, was Purdy jetzt gezeigt hat in diesem ersten Start ... Es ist gefühlt fast egal, wer da Quarterback spielt. Ja, das sehe ich so ein bisschen. Und jetzt ist natürlich die Frage dann immer, können sie das aufrechterhalten? Wie sieht der in drei Wochen aus? Und so weiter und so fort. Aber für den Moment gibt's keinen Grund zu sagen, die Niners sind jetzt irgendwie Playoff-mäßig uninteressant oder so was. Weil die können halt mit diesem kompletten Team, diesem Coaching, können die, glaube ich, ziemlich jedem NFC-Team in den Playoffs irgendwo auch Probleme bereiten. Ja. Ich bin trotzdem eher noch auf der zurückhaltenden Seite. Ja, das ist auch absolut, glaube ich, fair. Weil, ich weiß, wir haben ihn jetzt schon häufig gemacht, aber diesen Nick Mullins-Vergleich oder auch zu anderen Quarterbacks, die reinkamen, die anderthalb gute Spiele hatten, vielleicht sogar zwei, drei gute Spiele hatten. Und dann irgendwann haben Defenses ihn so richtig vor Probleme gestellt, wenn Defensive-Koordinator dann sehen, was macht welchen Quarterback wie Probleme. Und das wissen wir ja bei Brock Purdy noch nicht so ganz genau, weil bisher hat ihm noch nicht so richtig Probleme gemacht. Und gut, die Bucks-Defense hat in letzter Zeit wenigen Quarterbacks so richtig Probleme bereitet. Da muss man vielleicht auch noch zwei Punkte vielleicht sagen. Also zum einen könnten die Niners ja sehr, sehr viel Spielraum haben, um Purdy da noch weiterzuentwickeln, weil die spielen jetzt kommende Woche Donnerstagabend gegen Seattle. Und wenn sie das gewinnen, haben sie die Division gewonnen. Dann können sie sich schon so ein bisschen auf andere Sachen auch fokussieren, gerade auch was die Quarterback-Entwicklung angeht. Und dann jetzt, weil du die Bucks-Defense angesprochen hast, ich glaube, zumindest zwei, drei Sätze zum Kontext sollte man da schon sagen, dass die ohne Antoine Winfield, ohne Mike Edwards, ohne Sean Murphy Bunting gespielt haben. Also beide Starting Safety und ein Starting Corner nicht mit dabei sein. McCullum hat sich dann noch im Laufe des Spiels verletzt. Noch ein Corner. Wieder Weyer hat sich früh verletzt. Jack Barrett ist ja eh nicht mit dabei. Also das war schon, ich will gar nicht die Offense-Leistung der Niners kleinreden, weil das war richtig, richtig gut. Aber es war schon auch eine sehr, sehr angeschlagene Bucks-Defense. Ja, und so einseitig sah es dann auch von Anfang an aus. Trotzdem, was ich noch sagen wollte, ist, ich warte da erst mal noch ab, bevor ich jetzt irgendwie die Niners hier als Superbowl-Contender nach wie vor sehe. Gerade, weil sich ja auch, ich weiß nicht, was da die allerneuesten News sind, ich habe heute Morgen noch nicht recherchiert, Dibu Samuel, ja wirklich auf den ersten Blick schwer verletzert, hat sich das Knie gehalten, musste weinen beim Abtransport, also es sah nicht gut aus. Ja, also genau, Shannon hat eigentlich so ein bisschen Entwarnung fast gegeben, muss man sagen. Also zum einen ist es nicht kniedern, obwohl es da so aussah, also so wie er sich verhalten hat. Als du deine Szene gesehen hast, sah es eigentlich relativ klar nach Knöchel aus. Und das ist auch der Knöchel. Es scheint wohl nichts Gravierenderes zu sein. Es ist wohl ein High-Ankle-Spray, also im Prinzip ein verstauchter Knöchel, mehr oder weniger. Und nochmal, also High-Ankle-Spray oder so fürs Gefühl sind ja meistens so, weiß nicht, drei Wochen oder sowas, wo so ein Spieler dann verpassen. Und da kommt halt wieder an den Punkt, wenn jetzt die Seahawks schlagen diese Woche am Donnerstag, dann können sie halt auch ihren Kader auf eine andere Art und Weise managen in Richtung Playoffs schon guckend. Und das wäre natürlich auch für so einen Spieler wie Dibu Samuel, den könntest du theoretisch raushalten bis zu den Playoffs dann. Und so wie das klingt, hatte er eine realistische Chance, dann eben in vier Wochen noch zurück zu sein. Ja, das wäre natürlich dann nicht ganz so schlimm, wie es erst mal aussah. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch über Tom Brady sprechen und die Buckingham-Neers-Offense, die halt wieder gar nicht gut aussah. Klar, war eine starke Defense, aber das war so eins der wenigen Spiele, wo ich halt auch sagen würde, Tom Brady individuell sah halt auch überhaupt nicht gut aus. Ja, ich finde es schon fair, auch jetzt über Brady so ein bisschen zu sprechen. Die Bucks haben viele Baustellen. Und mehrere davon betreffen natürlich auch Brady direkt. Angefangen mit der O-Line, fortgesetzt mit dem Playcalling-Offensiv. Brady, wenn wir eine Liste der Probleme der Bucks erstellen würden, Brady wäre sicher nicht in der Top 5. Aber er spielt auf jeden Fall nicht auf dem Level, das er letztes Jahr hatte. Und ich finde mittlerweile, und das habe ich mir die letzten Wochen schon einige Male notiert, und jetzt gegen die Niners war es dann wieder auffällig. Es sieht man mehr Würfe, wo man den Eindruck hat, da lässt der Arm ein bisschen nach. Er verfehlt Julio Jones, er unterwirft Scotty Miller. Sein Wurf bei Fortdown Richtung Endzone landet da am Fuß von Mike Evans. Die Interception bei einem Overthrow über die Mitte, die zweite Interception kam, weil er unter Druck den Ball nicht hoch genug platziert kriegt und deswegen Drake Greenlaw, der Linebacker, dann drunter springen kann. Ja. Also, ich will jetzt hier nicht sitzen und dann abgesang auf Tom Brady starten. Aber ich finde, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sieht, okay, jetzt so langsam merkt man das Alter dann doch, das man letztes Jahr einfach noch nicht gesehen hat. Letztes Jahr hat er eine MVP-würdige Saison gespielt. Und das sind auch die Umstände zum Teil. Ich tendiere mehr und mehr dazu zu sagen, ich glaube nicht, dass wir Brady noch mal in Tampa Bay sehen in der kommenden Saison. Er kommt ja auch auf den Markt, er wird ja Free Agent. Es sind halt zwei Fragen. Zum einen, will Brady dann noch weitermachen, wenn wir an den Punkt kommen? Und dann, daran angeknüpft, wenn er weitermachen will, dann braucht es halt wirklich die perfekte Situation. Weil das ist für mich halt schon ein klarer Takeaway. Zu sagen, wenn Brady noch mal auf einem hohen Level spielen kann, dann braucht es eine sehr, sehr gute Situation dafür. Und die ist halt in Tampa Bay einfach nicht mehr gegeben. Und vor allem das, was du gestern, letzte Woche, auch, glaube ich, schon im Podcast angesprochen hattest, diese Angst vor dem Pass-Rush. Also ich finde, das kam natürlich dann gegen so eine starke Defense wie Dida Niners noch mal besonders zur Geltung, dass er einfach auch, ja, Schiss vor Hits hat. Wenn du dir dann im Vergleich irgendwie so Spieler anguckst, wie, ja, Justin Herbert, über den wir gerade gesprochen haben, und der gegen Druck einfach da die Bälle rauszimmert und scheißegal, ob er gleich ausgenockt wird. Oder Mike White, der hart einstecken musste, aber trotzdem halt einfach, ja, die Hits kassiert hat. Ein Tom Brady, natürlich auch irgendwo sehr verständlich in seinem Alter und mit der Karriere, die er hinter sich hat, ist da ein bisschen, ja, ein bisschen besorgter, was seinen Körper angeht. Und logisch, aber trotzdem, ohne die, ohne eine gute Protection, erwartet er auch Druck schon schneller, als er ihn manchmal sogar bekommt. Also ich fand das ganz auffällig. Da, Snap, er, er hat nicht seinen, seinen First Street, der ist nicht da und er erwartet eigentlich auch schon Druck. Das hatten wir bei den Patriots vor ein paar Jahren dann auch, als die O-Line mal zwischendurch nicht so gut aussah. Er erwartet Druck, egal ob er welchen bekommt oder nicht und dann wird er leicht hektisch, dann wirft er den Ball frühzeitig weg. Weil er sich nicht die Ruhe gibt, selber in der Pocket, dann einen offenen Spieler zu finden. Und das war gestern wirklich, also die ungenauen Bälle noch dazu, aber das war für mich das, das Auffallendste. Ja. Ein Tom Brady ist halt einfach nicht mehr in der Konstitution, ohne gute Protection, gut spielen zu können. Ja, ich glaub, das ist fair. Und nochmal, die Offense hilft ihm natürlich auch nicht, wenn er dauernd in zweiter und lang bist oder sowas. Dann, dann, das schaukelt sich halt gegenseitig hoch. In der Preview, genau, in der Preview hatte ich's gesagt, wie schnell er den Ball wirft und dann halt im Liga-Vergleich, wie kurz er ihn aber wirft. Also wir haben ja diese anderen, also wir haben ja andere Offense, wie die Dolphins zum Beispiel. Das Play-and-Play kann sich gar nicht entwickeln. Genau, wenn die Dolphins Offense gut läuft und wirft Tua den Ball auch schnell, aber wirft ihn trotzdem tief, das gibt's dieses Jahr bei Tampa Bay einfach gar nicht. Und, also, selbst das Comeback gegen die Saints, äh, die Woche davor, also zum einen war's natürlich ein sehr viel schlechtes Spiel, bevor's dann in die letzten Minuten ging. Und das war noch eine lange Pass-Interference, die dann eben lange Completion in Anführungszeichen ermöglicht hat. Genau, und selbst als das Comeback dann lief, hatte ich halt, also ich mir mehrere Würfe aufgeschrieben, wo ich gesagt hab, okay, da, also entweder irgendwie, was war das für ein Wurf, oder da, Armstärke war da nicht so da. Ich find einfach, bei all den Problemen, die Tampa Bay hat, ähm, man sieht's halt, man sieht bei Brady mittlerweile das Alter auch mehr, in verschiedenen Bereichen, ob das sein Pocketverhalten ist, ob das seine Armstärke ist. Und, ähm, das könnte halt dann vielleicht doch so in die Richtung gehen, dass es jetzt dann bald zu Ende geht. Aber, muss man natürlich wahrerweise auch sagen, die werden wahrscheinlich ein Playoff-Spiel hosten, die werden wahrscheinlich ein Playoff-Heimspiel haben, weil die Division ist halt einfach so mies, und, äh, wer weiß, was dann da passiert. Die Saints hätten letzte Woche gewinnen müssen, dann wär's alles interessanter gewesen. Mhm. Aber die Panthers sind ein Spiel, also die Panthers und die Falcons sind, äh, ein Sieg hinter den Bucks. Also ich wär mir da noch nicht zu sicher, weil... Wie wild wär das, wenn die Panthers noch in die Playoffs kommen? Das wär, ey, es wäre NFL. Irgendwie wär's Peak-NFL. Ich wär mir bei den Bucks noch nicht so sicher. Die müssen, natürlich, wie gesagt, das war gestern eine besonders schwierige Herausforderung, aber die Defense sah nicht gut aus gegen den dritten Quarterback. Wenn wir das bei den Dolphins letzte Woche kritisieren, müssen wir es hier auch kritisieren. Du darfst gegen Brock Purdy eigentlich nicht so aussehen. Wir haben jetzt Brock Purdy gelobt, aber gleichzeitig muss man vielleicht die Defense auch kritisieren. Und die Offense ist halt schon seit Wochen, das war jetzt hier auch irgendwie der, der, der Tiefpunkt des Ganzen. Aber die Offense funktioniert jetzt seit München nicht vernünftig. Ja, genau. München war ja so das Spiel, wo man, wo ich auch so ein bisschen dachte, jetzt haben sie es vielleicht doch geschafft. Ich hab die ganze, gefühlt hab ich die ersten zehn Wochen der Saison gesagt, ja, okay, Tampa Bay sieht nicht so gut aus, aber die haben viel Spielraum, weil die Division nicht gut ist und wenn die irgendwann das Ruder rumreißen, dann sieht es ganz anders aus. Und das Seahawks-Spiel dachte ich halt so ein bisschen, das könnte das gewesen sein. Wenn man jetzt drauf guckt, muss man einfach sagen, Seattle's Defense ist halt komplett in ein Loch gefallen. Das war vielleicht mehr ein Spiel, was den Hinweis zur Seahawks-Defense als zur Bucks Offense gegeben hat. Und ich bin halt auch klar über den Punkt hinaus, wo ich jetzt noch irgendwie erwarte, dass sie das Ruder herumreißen. Also das, dafür gibt's einfach keine Anhaltspunkte. Sie haben das letztlich selbst in der Hand, weil sie spielen Woche 17 gegen die Panthers, Woche 18 gegen die Falcons. Also wahrscheinlich, wenn sie die zwei gewinnen, selbst wenn sie davor noch zweimal verlieren sollten, gewinnen sie die Division wahrscheinlich trotzdem. Aber ja, also das wäre dann schon, ich kann, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass die, dass ich, dass wir in die Playoffs dann gehen in irgendeinem Szenario, selbst wenn, keine Ahnung, Tristan Wirth kommt zurück und die Defense ist wieder gesünder und so, aber dass wir dann in die Playoffs gehen und sagen, die Bucks sind irgendwie gefährlich, was dann vielleicht sich als großer Fehler herausstellt, aber im Moment gibt's einfach keinen Anhaltspunkt dafür zu sagen, die reißen es noch rum, das drehen die noch. Mhm. Lass uns über die NFC generell sprechen. Mhm. Ich hab's ja angekündigt, auch hier könnte es oder wird es sehr wahrscheinlich ein sehr enges Wildcard-Rennen geben, denn es gibt so ein paar Teams, die straucheln, dann gibt's so ein paar Teams wie zum Beispiel die Lions, die nochmal so richtig Rückenwind bekommen und plötzlich in der Hand sind, obwohl man das nicht erwartet hat, obwohl man das nicht erwartet hat. Die Vikings sind ein bisschen am strugglen, haben verloren, als Außenseiter wohlgemerkt, gegen die Lions mit 34 zu 23 und gleichzeitig haben auch die Seahawks Probleme und straucheln und verlieren gegen die Panthers mit 24 zu 30. Worüber möchtest du zu ersprechen? Über die extrem starke Lions Offense, über die enttäuschende Vikings Offense, über die Seahawks Defense? Lass uns mal, also wir können ja mit den, also ich find dieser Vikings-Lions-Vergleich, der drängt sich so ein bisschen auf. Haben wir in der Preview auch natürlich, haben wir auch drüber gesprochen und haben auch da so ein bisschen, natürlich ist es auf den ersten Blick irgendwo eine kuriose Aussage, aber wir haben's ja letztlich beide gesagt, dass wir die Lions Offense über die Vikings Offense nehmen würden, wenn wir jetzt die Wahl hätten für den Rest der Saison. Ich würde diesen Team, diesen Vergleich zwischen diesen beiden Teams, würde ich halt jetzt mal, wenn das jetzt mal so ein bisschen sagen, okay, die Lions Offense im Moment sieht runder aus, die funktioniert besser, die ist explosiver. Du hattest gesagt in der Preview, dass du klar die Vikings Defense über die Lions Defense nehmen würdest. Jetzt wäre meine Frage, würdest du das immer noch so sagen? Das ist natürlich fies. Absolut. Ja, das war natürlich nix gestern, aber es ist auch die, es ist auch wirklich ein Jared Goff in absoluter Bestform in super Umständen. Aber ja, würde ich vielleicht so nicht mehr sagen. Weil das ist ja, wenn wir so auf diese, gut, Vikings werden natürlich die Playoffs erreichen, die werden auch die Division gewinnen, aber das ist ja so für dieses Gesamtkontext irgendwie ein wichtiger Punkt zu sehen, okay, die Vikings auf der einen Seite, es ist ein Team, was irgendwie so in vielen Bereichen oberes Mittelfeld ist, aber die Defense ist echt abgefallen. Und da hatten Harrison Smith gestern gefehlt, das hat man ja auch gesehen, die hatten dann direkt auch einen Coverage-Bust bei dem langen Touchdown von Jameson Williams, der auch seinen ersten NFL-Touchdown gestern hatte. Aber selbst so im Pass-Flash, wo ich sage, okay, da haben sie eigentlich individuelle Qualität, fallen sie halt nicht sonderlich positiv auf. Und wenn du das dann auf der einen Seite siehst, diesen Kontrast zwischen den Vikings, die defensiv eher auf einem negativen Trend sind und die offensiv, finde ich, einfach mehr Stückwerk noch sind als Detroit, dann kannst du halt schon einen Case machen, dass die Vikings jetzt mal Record ist Record und so weiter, aber dass die Vikings im Moment das schlechtere Team sind als die Lions. Nicht nur, weil sie jetzt gestern das direkte Spiel verloren haben. Und die Lions, die Lions sind halt einfach eine super Mischung, finde ich, aus einem Team, das unterhaltsam ist, das eine Identität hat, das einen Headcoach hat, der auch mutige Ingame-Entscheidungen trifft. Und dieser Pass zu Penny Sewell gestern war natürlich absolut wild, aber es funktioniert. Haben die nicht auch in der eigenen Hälfte einen Fake-Punt gespielt? Oder war das woanders? Diese Lions-Spiele, jetzt habe ich viel Lions auf uns geschaut in den letzten Tagen, das vermischt alles so ein bisschen. Aber auf jeden Fall, es zieht sich ja durch die Saison, dass sie da viele, viele mutige Entscheidungen auch treffen. Und dann sind sie halt auch ein Team, was einen klaren Plan hat. Also sie haben dieses vielseitige Run-Game, sie kreieren wahnsinnig viel am Boden. Sie sind auch produktiv, wenn der Gegner die Box zustellt mit dem Run-Game. Und dann kombinieren sie das eben mit allem, was sie im Passspiel machen. Dass sie halt Goff diese klaren Reads auch geben, diese 1-gegen-1-Match-Ups im Downfield-Passing-Game. Jetzt auch gegen Minnesota wieder bei den langen Touchdowns. Sie haben die Leinen. Und Goff spielt im Prinzip genau das, was wir in seinen guten Rams ja angesehen haben. Wenn er eine klare Struktur hat, wenn er klare Match-Ups bekommt, wenn die Protection da ist, dann kann er auch das ganze Feld attackieren. Der Arm war nie das Problem bei Jared Goff. Und die Lions haben genau das zusammengebaut. Und deswegen ist Goff im Moment zum Beispiel auch eine super Übergangslösung für sie. Ich glaube nicht, dass er mehr ist, weil ich immer noch denke, dass er kein Quarterback ist, der die Probleme löst. Da sind wir wieder bei dem Tour-Thema so ein bisschen. Aber es ist aktuell einer der explosivsten Offensives in der NFL. Und ich glaube, wenn wir das kombinieren mit dem, ich hatte es in der Preview auch schon gesagt, ich finde, die Lions-Defense ist so ein bisschen auf einem leicht positiven Trend. Und dann diese drei Teams einfach mal zusammen uns angucken. Lions, Vikings, Seahawks. Finde ich, kannst du den Case machen, dass die Lions das beste Team von diesen dreien sind. Ist natürlich die Frage, ob das reicht, um Playoffs zu spielen. Weil sie sind halt einfach, was waren sie, eins und sechs, oder was waren sie nach den ersten sieben Spielen. Sie hatten halt einfach schon viel aufzuholen. Der Schedule ist machbar. Jets nächste Woche, das ist das schwerste Spiel. Und dann Panthers, Bears und Packers. Der Schedule ist machbar. Die sind zwei Siege, nee, ein Sieg hinter den Worldcard-Teams. Genau. Weil über die Giants haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die ja auch am Straucheln sind. Genau. Also es gibt eins, sie dürfen halt, sie haben halt keinen Spielraum für Fehler mehr, weil sie eben schon sieben Spiele verloren haben. Also da ist einfach nicht, ich glaube, wenn sie drei und eins gehen, gibt's eine Chance. Weil Seattle auch noch abfallen, wir können gleich, ich spreche gleich noch mit den Seahawks, Seattle könnte auch noch abfallen. Die Seahawks haben einen echt schweren Schedule, die haben jetzt San Francisco, dann Kansas City, dann die Jets und dann die Rams zum Abschluss. Also die könnten durchaus eins und drei auch gehen. Ich glaube, zwei und zwei ist eine faire Prognose. und dann müssen sie halt in Anführungszeichen nur eines dieser NFC East Teams noch abfangen, wahrscheinlich nicht die Giants, wenn man den Trend anguckt. Das ist machbar und wie gesagt, ich finde im Moment kannst du einen klaren Case machen, dass von von all diesen Teams hinter, also im Wildcard-Rennen der NFC, hinter Dallas, Dallas ist ja aktuell die Top-Wildcard natürlich, Washington, Giants, Seahawks, Lions, dass die Lions das beste Team von diesen sind. Ja, ich würde gerne widersprechen, aber es gibt halt für mich zwei Faktoren, die die Lions ein bisschen vertrauenswürdiger machen, was auch diese Form angeht. Zum einen, du hast gerade schon gesagt, die Defense hat einen positiven Trend und ich finde gestern war ganz auffällig, woher der kommt, nämlich beziehungsweise es ist ein bisschen schwammig und schwierig zu greifen, aber für mich hat diese Defense viel mehr Punch als in den Spielphysischen, also du hast den Eindruck viel physischer, also die Line, die Defensive Line, der Pass Rush viel physischer und dann auch die Secondary, also wo du, ich benutze ja gerne mal bei Defenses diesen Begriff weich, also die fühlt sich weich an, dass sie nicht richtig da ist, dass die Tackles nicht sitzen, dass sie zu weit weg sind immer von den Gegenspielen, dass sie überall einen Schritt zu spät sind, solche Geschichten. Und dieses Gefühl hatte ich bei den Lions die letzten ein, zwei Wochen halt überhaupt nicht, dass es da sofort schallert, wenn ein gegnerischer Receiver den Ball fängt. Ja, selbst im Run-Game, selbst wenn du dir anschaust, was die Defensive Backs im Run, ich glaube, war es nicht Okuda sogar, der gestern bei 4.1 oder sowas das Tackle gesetzt hat gegen den Run, also selbst da kriegen sie diese Hits von ihren Defensive Backs. Ja, es war übrigens ein Fake Punt, im dritten Viertel müsste das gewesen sein, den sie dann irgendwie für 40 Jahre getragen haben. ja, natürlich, ja. Also, auch da hatte ich mir notiert, ey, aggressives Playcalling, auch mal mutig sein. Und auf der einen anderen Seite, also dieser Punch, diese ja deutlich aggressivere Defense auf der einen Seite und gleichzeitig einfach der Fakt, dass du jetzt plötzlich zwei Outside-Receiver noch mit ins Portfolio bekommen hast, die dir ein Element geben, die Jared Goff Möglichkeiten geben, die das Feld auch in der Tiefe viel besser bespielen können, dass du halt mal so One-Play-Drives zum Touchdown haben kannst. DJ Chark hatte gestern sechs Catches und davon einige auch lange, die dann halt Outside-Tief gehen können. Ein Jamison Williams bringt dir noch mal ein ganz anderes Element, der wird zwar langsam reingeführt und ja, der Touchdown war ein Coverage-Bus, da war weit und breit niemand, der ihn irgendwie verteidigen wollte, okay, aber trotzdem sind das einfach noch mal zwei Waffen, die du über weite Strecken in der Saison nicht hattest. Vorher hattest du halt einen Amon-Ross-Stain-Brown, der natürlich ein großartiger Receiver ist, aber halt nicht dieser klassische Ex-Receiver Outside-Tief-Gewinn, sondern halt für andere Dinge oder bei anderen Dingen seine Stärken hat. Einer der besten Third-Down-Receiver in der NFL dieses Jahr. Über die Mitte, Toughness, das ist ja sein Spiel, genau. Also Namen, den wir glaube ich noch gar nicht so oft erwähnt haben dieses Jahr, ich habe ihn, ich habe ja eine Bonus-Folge gemacht mit Head-Coach-Kandidaten, findet ihr auf Patreon und da habe ich ihn auch erwähnt, das ist Ben Johnson, der Offensive Coordinator. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr noch vielleicht zu früh ist für ihn, man weiß es nie so genau, ob irgendein Team dann sagt, ich hole ihn lieber jetzt, als dass ich ihn in zwei Jahren verpasse, so nach dem Motto. Aber was der mit dieser Offense gemacht hat, finde ich, steht in starkem Kontrast zu richtig vielen anderen Offenses in der Liga eben, weil dieses Gesamtgebilde in sich super schlüssig ist und wenn du jetzt halt noch diese Waffen dazu kriegst, plötzlich kannst du, wie du gesagt hast, du kannst plötzlich vertikal gehen, du kannst plötzlich Receiver, die deine Defense tief bedrohen, plus dieses Run-Game, wo du eigentlich gegen Detroit, also du kannst nicht so wahnsinnig viele leichte Boxes gegen Detroit spielen, weil sonst rennen die halt über dich. Das ist schon eine super Mischung und ich, also ich sag ehrlich, ich würd's gerne in den Playoffs sehen. Ja, ist halt noch ein weiter Weg. Ist noch ein weiter Weg. Lass uns mal über die direkte Konkurrenz sprechen, die halt eben so ein bisschen Probleme hat, wie die Seahawks zum Beispiel und es ist halt selten so einfach ein Problem zu identifizieren wie aktuell bei den Seahawks. Mit dieser Defense spielst du keine Playoffs. Ja, ich rede ja seit Wochen wirklich drüber, Run-Defense ist ein Problem. Wir haben auch in der Preview drüber gesprochen, ich hab's ja gesagt, es gibt eigentlich eine Formel hier, Gino ein bisschen unter Druck setzen und dann selbst den Ball gut laufen, dass die Panthers das eng halten können und weil sie halt auch eine Defense sind, die jetzt nicht so viele Big Plays im Passspiel normalerweise zulässt. Ich glaub, wir müssen das auch echt nochmal stärker formulieren aus Seahawks Perspektive. Seahawks haben jetzt über die letzten vier Spiele 161 Rushing Yards gegen Tampa Bay zugelassen, 283 gegen die Raiders, 171 gegen die Rams und jetzt am Sonntag 223 gegen Carolina. Das ist für sich gesachtet. Das sind zwei Teams dabei, die eigentlich nicht laufen können. Ganz genau. Diese Saison. Ganz genau. Also Tampa Bay und Rams, da darf das eigentlich nicht passieren. Und über den Vierspiele-Stretch 838 Rushing Yards zuzulassen, ja, da gewinnst du wahrscheinlich nicht viel und sie haben ja auch drei von vier verloren in dem Stretch. Und da ist es dann auch egal, wie gut deine Defense spielt, weil, ja, die hatten zu Beginn des Spiels, deine Offense, die hatten zu Beginn des Spiels Probleme, aber dann hatten sie ja diese explosiven Plays, dann hatten sie großartige Pässe, geile Touchdown-Catches, Big Plays, war ja alles da, aber wenn deine Defense halt dann nicht genau so einen Schub bekommt im Laufe eines Spiels und dann mal auch ein bisschen was limitieren kann, dann den Gegner limitieren kann, dann wird es halt super schwierig, da mitzuhalten. Also Gino hatte wahrscheinlich, das glaube ich, kann man sagen, sein schlechtstes Saisonspiel gestern. Also das würde ich schon insgesamt so sagen. Er hatte halt vor allem früher, er hat zu viele Fehler drin, die er eigentlich nicht drin hat. Mehrere Bälle auch wirklich sehr viel. Also ich glaube, Gino auch in den Entscheidungen, die er getroffen hat, hatte wahrscheinlich sein schlechtstes Saisonspiel gestern. Und trotzdem gab es die Big Plays. Genau. Ich glaube halt, dass die Seahawks... Immer wieder. Genau. Ich glaube, dass die Seahawks einfach über die letzten Wochen an die Grenzen dieser Saison irgendwo für sie gestoßen sind. Und man muss es, finde ich, so deutlich sagen, diese Grenze ist mal wieder Pete Carrolls Defense. Natürlich können die es immer noch in die Playoffs schaffen. Aber sie sind für mich mehr und mehr ein Team, das ist eine ganz coole Story dieses Jahr war, das sich auf jeden Fall für die Zukunft sehr erfolgreich ausgerichtet hat. Mit dem Draft, mit Gino Smith, der, denke ich, zumindest mal mittelfristig der Quarterback da sein wird. Aber es ist auch ein Team, das vor allem halt defensiv so gravierende Baustellen hat, dass selbst mit dem Gino Smith, der gut spielt, kannst du eigentlich nicht erwarten, dass der sich da jede Woche trägt. Und wenn er dann halt ein schlechteres Spiel hat, das können sie sich halt quasi schon nicht leisten. Weil sie dann eben, so wie du es gerade gesagt hast auch, wenn Gino Smith dann nicht das ganze Spiel über gut spielt, dann werden sie halt defensiv so überrannt, dass sie halt nicht mehr in so ein Spiel zurückkommen. Und die Panthers, schaut euch, also allein schaut euch den ersten längeren Run von den Panthers an. Erstes Third Down, war Dritter und Zehn. Sie bekommen das First Down mit einem 12-Yard-Run, weil mehrere Second-Level-Verteidiger bei den Seahawks, Linebacker, Safeties, die falsche Gap antizipieren und in der falschen Richtung unterwegs sind. Und das zieht sich wirklich durch ihre Spiele. Und am Ende von dem Spiel, als Carolina ja dann wirklich auch die Uhr runterspielen wollte, Seahawks kamen wieder ran und so, da haben die Seattle einfach richtig gepoundet. Bei dem Touchdown-Drive zum 27-17, der ja so ein bisschen die Vorentscheidung dann war, acht von zehn Plays waren Runs. Bei dem Field-Goal-Drive danach, der dann wirklich, der dann so einen Deckel drauf gemacht hat, acht Plays, alle acht waren Runs. Und Seattle ist nichts dagegen eingefallen. Und das ist jetzt halt wirklich schon mehr als ein Trend. Das zieht sich jetzt über, wie gesagt, mehrere Wochen, vier Spiele, wo sie da riesige Probleme haben, wo sie auch strukturell keine Antworten finden, wo die individuelle Qualität nicht hoch ist. Ja, und Shelby Harris fehlt dann, das muss man vielleicht noch sagen, das ist dann ein Faktor. Wahrscheinlich ihr bester Run-Verteidiger neben Al Woods, der sich auch noch verletzt hat in dem Spiel. Das sind natürlich Faktoren. Aber wenn das über mehrere Wochen so geht und gegen solche Teams wie die Rams und die Bucks, die Panthers haben ja ein gutes Run-Game, gute O-Line, aber Rams und Bucks eben nicht, dann muss man halt schon über eine kritische Schwachstelle einfach sprechen. Und das könnte sie am Ende das Playoff-Ticket noch kosten. Ich meine, wie gesagt, es geht gegen San Francisco diese Woche, es wird jetzt nicht unbedingt leichter in der Hinsicht. Ja, aktuell sind sie auch nicht drin, Stand jetzt werden sie nicht in den Playoffs. Da haben wir auch noch gar nicht über die Giants gesprochen, die halt komplett chancenlos gegen die Eagles waren, jetzt 0, 3 und 1 in ihrer eigenen Division stehen. Also, da wird sich noch ein bisschen was verändern können in der NFC im Wildcard-Rennen. Genau. Ist ja jetzt diese Woche, oder? Ja, diese Woche müsste Washington Giants das zweite Spiel sein. nach dem glorreichen Unentschieden im ersten Spiel. Was natürlich auch alle Playoff-Rechenereien nicht leichter macht. Und ohne jetzt, also, wir hätten natürlich das Spiel noch vorbereiten müssen und so, aber ich schätze, dass ich Washington da als Favorit haben werde. Und die Giants halt, die Giants sind halt auch eine super Story dieses Jahr und die haben gezeigt, dass sie wahrscheinlich viele richtige Entscheidungen, was Coaching-Staff und so weiter angeht, getroffen haben. Aber der Rekord war ja da immer so ein bisschen der Trugschluss. Die sind jetzt noch drin, das muss man natürlich fairerweise sagen, und wenn sie Washington schlagen sollten, dann sind sie richtig im Rennen. Ja. Ich tendiere dazu, dass diese, dass Washington sich mit einem Sieg da in eine gute Position schiebt und dass diese dritte Wildcard dann eben zwischen Giants, Seahawks und Lions entschieden wird. Es wird auf jeden Fall spannend. Das war Montag für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache mir jetzt einen Tee und gehe wieder ins Bett. Ich habe mich so ein bisschen durchgeschleppt. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr aufgefallen. Feedback, wie immer gerne, überall da, wo es geht. Und wenn Adria nicht noch was zu sagen hat, würde ich sagen, hören wir uns am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Warum bouge ich das? Ich Module 9